Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Fakai 2. Ja, ich hatte eine längere Pause. Und das lag daran, dass ich auf Arbeit ziemlich viel zu tun hatte. Und ja... Wir hatten eine Inventur. Und ja, da hatten wir nicht mehr so viel die Nerven da aufzunehmen. Da kam ja auch jetzt aktuell gerade das Thema mit den neuen YouTube-Richtlinien. Wo ich dann auch ein bisschen, muss ich sagen, über demotiviert hatte. Ich weiß nicht, ob ich das benutze. Hier ist also ein Kreide. Okay. Wir fahren hier direkt weiter und weiß gar nicht. Wir müssen zur Brauerei. Wir müssen in Gefangenen bleiben. Ich hoffe mal, dass uns die Termination reicht. Ich dachte, ich hätte das gehört. Ich fahre jetzt hier extra mal ein bisschen in der Landschaft rum. Einfach... Das wäre einfach... Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Jetzt kenne ich das. Eieieieiei. Gleich mal Erste Hilfe. Bye. Okay. Okay. Da haben wir auf jeden Fall Munizium. Wenn wir brauchen. So, das ist unser Unterschlupfier. Ich hoffe ja mal nicht, dass wir jetzt hier nochmal Theater kriegen. Dann nehme ich mir mal meine letzte Spritze und dann tun wir uns hier gleich mal auffüllen. So. Man sieht ja auch immer so schlecht. Also ich sehe es. Ich sehe nicht klar wo er ist. Ich weiß nicht wie es mit euch ist. Ne, jetzt sehe ich ihn nicht mal. Wo ist er? Wo ist die Schweinebacke? Hm. Darf doch nicht wahr sein. So, ich weiß, dass es davon ziemlich zur Sache geht. Darum gehe ich jetzt hier mal zu Fuß weiter. So, wir sind gleich da. Wir müssen auf dieses Boot aufpassen. Noch haben sie uns nicht gesehen. Zu weit weg. Zu weit weg. Ach, ich weiß nicht wie die fahren. Die brauchen ja wieder ewig bis sie da sind. Wir gehen hier auf jeden Fall jetzt weiter in Entdeckung. Gut, 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 gut. Also, es ist das so schön. So, es gibt eine andere. Ja. Wie ist es? Wie ist es? Ihr wisst, wie ist es? Wie ist es? Was ist es? Auf geht es ist schon so. Mal gucken, vielleicht kommen wir da hoch auf den Felsen. Da kommt das Boot. So, das Boot ist schon mal erledigt. Der ist hoch auf dem Felsen, können wir mal knicken. Alles ist gut, ich hab deine Nummer. Ich beobachte dich. Kinder und Schwäche. Meine Zeit ist um. Game over, komm her. Komm ein letztes Mal spielen, bevor ich dich kalt mache. Na los, komm schon. Ja, ich komm ja. Shit, ich mach dich fertig. Ich hab dich gesagt, du bist nichts. Und wenn ich mit dir fertig bin, bist du gar nichts mehr. Na komm Arschloff, komm raus. Nein, ich huße. Nichts. Aber, nie. Aber, ja, ich krö� mich nicht. Und da, ja. Ich heisse. In den neuen, mit dem helfe ich verstecken. können, können wir das uns auch Geht! Geh! Geh an Boden, Hilfe! So, der ist erledigt. Da ist immer noch einer. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also gut, egal. Wir haben gespeichert. Die machen das aber wirklich extrem schwer. Ich weiß, wo du bist. Ich seh dich. Ich seh dich. Wo bist du, Mann? Ich seh dich. Wo bist du? Alles ist gut. Ich hab deine Nummer. Ich beobachte dich. Ich kenn deine Schwäche. Deine Zeit ist um. Game over. Komm her. Komm ein letztes Mal schmieden, bevor ich dich kalt machen. Na los, komm schon! So, probier das mal für mich. Oh, okay. Auf mich! Du bist. Ich hab sie noch nicht mehr. Hype. Wie ist das? Ich weiß noch nicht mehr. Auf mich! Wie ist das? Oh mein Gott! Das ist schlecht, vielleicht sollten wir mit suchen. Scheiße, gegen wen kannst du denn? Ich kann es an. Er geht beistansen, oder? Ich kann es an. 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 So, haben wir die alle? Kann es sein, dass das schon unsere... Nee, oder? Nee. So, auf jeden Fall. Hier ist Ruhe. So, jetzt gucken wir mal auf die Krage, wie weit wir noch weg sind. Nicht mehr weit, ich bin echt drauf und dran, das hier zu Fuß zu machen. Hier haben wir wieder Munition. Was haltet ihr von der Idee? Nee, wir machen das. Wir gehen über die Rohre. Na komm hoch. Ey, wir waren doch gerade eben oben. Alter. Ich hab schon wieder... Ich hab schon wieder eingehört. 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 Prozession halten, wir wissen nicht was los ist. Wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts hier. Was ist das? Was ist das? Ja, Mann. Meine Waffe versagt. Postschluss. Im Moment. Klatsch. Bekleb. Verste... Das ist Besuch... Das war's. So. Keine Ahnung. Wir sind das Sack auf jeden Fall nah. Wir sind das Sack auf jeden Fall. 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 Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.